Das ist Maria Bella Jameson, äh, meine, meine Oma. Und das hier, das ist mein Opa. Steinpapier, Schere, los! Wir sind eine Woche zu Besuch hier. Ich vermisse euch, ihr Süßes. Es ist echt lustig hier. Ich wollte schon so lange mal richtig Zeit mit dir verbringen, Oma. So glücklich habe ich eure Großmutter seit Jahren nicht erlebt. Hier ist um halb zehn Schlafenszeit. Danach solltet ihr euer Zimmer nicht mehr verlassen. Gute Nacht. Gute Nacht. Was ist das? Oma? Was zur Hölle war das denn? Ich glaube, Oma, geht's nicht gut. Deiner Großmutter geht es bestens. Oma und Opa benehmen sich irgendwie merkwürdig. Ich wusste, dass dieser Anruf kommen würde. Sie sind einfach etwas sonderbar. Hey, warum startet Oma in den Brunnen? Hi, Opa! 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 Mom, irgendwas stimmt nicht mit Oma und Opa. Sie sind eben alt. Ich reinige es nur. Was ist in dem Schuppen? Oma? Bist du hier unten? Würdest du bitte in den Ofen hineinklettern und ihn reinigen? Hör auf, Oma! Hör auf! Hör auf, Oma! 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 Untertitelung des ZDF, 2020